Hallo zusammen, da bin ich mal wieder euer Snake Oil Audio und es muss ja weitergehen mit Teil 2. Im ersten Teil der Monitor 1 habe ich euch meine Klang-Eindrücke geschildert, aber jetzt möchte ich auch ein bisschen konkreter werden und etwas über die Technik sprechen. Und jetzt muss ich sehr, sehr aufpassen, weil auf der einen Seite möchte ich es jetzt natürlich nicht nur so erklären, dass fünf erfahrene Lautsprecher selbst beordet verstehen, sondern ich versuche es, mal sehen wie gut es mir gelingt, ich werde versuchen es so zu erklären, dass auch Leute, die sich jetzt mit Lautsprechertechnik nicht so richtig in der Tiefe auskennen, verstehen, worum es da geht. Es wird ja so die eine oder andere Unschärfe geben, ich hoffe der Olli zieht mir da nicht hinterher die Ohren lang. Olli, falls doch, schreib halt direkt irgendwie, wenn ich falsch erklärt habe, schreib es direkt in die Kommentare, ich pinne dich dann oben an. Wie gesagt, sehtet mir nach, ich werde versuchen es so zu erklären, dass ich jeden von euch mitnehme und ihr versteht, worum es da so geht und was wir uns so gedacht haben bei der ganzen Geschichte. So, fangen wir vorne an. Zunächst mal, also klar, jetzt kommen natürlich alle Trolle irgendwie unter ihren Steinen hervorgekrochen und irgendwie erzählen da allen möglichen Super-Unsinn unter dem letzten Video. Da gehe ich gar nicht näher drauf ein, weil das mehr oder weniger, die enttarnen sich selbst und zeigen einfach nur, dass sie gar keine Ahnung haben, von daher drauf geschissen. Ein Ding, wo ganz viele von euch drüber gestolpert sind und da habe ich auch ein Stück weit zu beigetragen, weil ich das ja auch, weil ich auch darüber gesprochen habe in dem Video, wo viele drüber gestolpert sind, ist der Bassbereich. Weil ich ja gesagt habe, naja, ich bin gespannt, ob die Leute, die so auf so einen richtigen Wummer-Schub-Bass stehen, ob die damit klarkommen, mal gucken, naja, das wird grenzwertig. So, und dann haben viele von euch auf den Frequenz-Schub geachtet, den ich da gepostet habe. Und in dem Frequenz-Schub, das habt ihr richtig gesehen, nach dem Schub macht die Monitor 1 Null-Bass. Ja, das ist der Schub. Also, passt auf, was ich euch hier an Messwerten zeige, das ist alles kein geschöntes Zeugs. Das ist nicht sozusagen von einer Werbeagentur nochmal händisch nachgemalt, damit der Schrieb auch schön aussieht. Sondern das sind wirklich unsere Arbeitsschriebe. Ja, das wird wir wirklich gemessen haben und so weiter. Das ist das, was wir echt benutzen. Und wenn man so einen Lautsprecher in einem normalen Raum misst, dann macht das keinen Sinn, den Bass mitzumessen. Das heißt, diese Messung nennt sich gefensterte Messung. Man lässt den Bass unten einfach weg. So, wenn man das jetzt schön machen wollte, dann würde man den Frequenz-Schrieb insoweit bereinigen, dass man halt den unteren Teil der Kurve da einfach rauslöscht, dass da einfach gar nichts ist. Das haben wir aber nicht getan. Und wie gesagt, das sind unsere, das ist das, was wir benutzen. Wo wir wirklich drauf gucken, wenn wir an dem Monitor rumfummeln. So, und entsprechend erweckt das den Eindruck, als würde die Monitor 1 nicht ernsthaft unter 100, 150 Hertz, als käme da drunter nichts mehr. Das ist einfach nur das Messverfahren. Und dieses Messverfahren haben wir uns auch nicht so ausgedacht. Und das machen wir auch nicht, um da irgendwas zu verstecken oder zu schönen. Das ist völlig normal. Also das könnt ihr euch, ich sag's mal, auf jedem Kanal, ob ihr jetzt Franks Werkstatt der Lautsprechertechnik euch anguckt, oder GR Research, oder egal. Wenn einer einen Lautsprecher misst, fängt der immer erst zwischen, ich sag's mal, 100 und 200 Hertz an, den zu messen. Weil, wie gesagt, nochmal, messe ich das da drunter in einem normalen Raum. Das ist das Einzige, was ich da messe, sind die Raumboden. Ja, das hat null Aussagekraft. Wenn ich Bassbereich ernsthaft messen möchte, dann habe ich nur zwei Chancen. Der schöne Weg ist, ich habe halt so einen schalltoten Raum und messe das da drin. Der tut aber faktisch gar keinen Hersteller, weil es in ganz Europa nur zwei schalltote Räume gibt. Ja, also, von den ganzen, ihr könnt ja mal so durch überlegen, wie viele Lautsprecherhersteller es gibt. Zwei davon haben das wirklich. Kanton hat einen schalltoten Raum und Geithain, die haben auch einen schalltoten Raum. Und alle anderen, alle anderen, messen das in normalen Räumen. Ja, so, und deswegen ist das völlig normal, das einfach auszuklamüsern. Wenn ich den Bass in einem normalen Raum messen möchte, muss ich hingehen und das im absoluten Nahfeld messen. Also wirklich, dann steht das Mikrofon, ich sage es mal, zehn Zentimeter von der Membrane entfernt. Ja, dann muss ich ein Delay einstellen und sagen, innerhalb von dem und dem Zeitfenster darfst du den Pegel nur aufnehmen, damit die Reflexionen und so weiter da nicht und stehenden Wellen da nicht zum Tragen kommen. Und dann muss ich das Stück für Stück messen. Den Bass, die Bassreflexports und so weiter. Und dann muss ich aus mehreren Messungen den Bass wieder zusammensetzen und schauen, was kommt dann in der Summe dabei raus. Das ist eine ziemlich aufwendige Kiste. Oder aber ich kann das Ding da draußen schleppen und Freifeld messen. Was natürlich auch mit einem gewissen Theater verbunden ist, weil da muss ich ja draußen auch Strom haben und Verstärker und all so ein Zeugs und Treppe rauf, Treppe runter, Riesentheater. So, deswegen misst man so ein Bassverhalten am Anfang halt mal und dass man weiß, okay, meine Gehäusemaße, meine Gehäuseabstimmung ist irgendwie richtig, meine Bassreflexports stimmen, dann kommt da irgendwie Mitteltonanteil aus den Bassreflexports raus und irgendwie so ein Kram stimmt meine Dämmung und so. Und wenn man das einmal gemacht hat, dann bleibt der Bass so. Und wie gesagt, das machen nicht nur wir so, das macht jeder so. Das macht absolut jeder so. Was die meisten halt tun ist, sie schneiden dann halt den unteren Teil komplett ab, dass da einfach dann gar nichts steht im Messschrieb und das haben wir nicht getan. Wir haben euch einfach nur, oder ich habe euch einfach so eins zu eins gezeigt, wie wir das gemessen haben. Aber geht nicht davon aus, dass der Lautsprecher bis, keine Ahnung, nur bis 150 Hertz runterspielt. So ist das nicht. Also ich sage jetzt mal, ich spiele euch das jetzt auch nochmal kurz klanglich vor, damit ihr das einschätzen könnt, weil allein die Vermutung ist schon relativ Banane. Hört mal, ich habe hier, das ist eine normale Gitarre. Also hier ist ja noch nicht mal was mit Bass los. Das ist einfach nur eine Gitarre. Ja, dudel, 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 dudel. Das ist jetzt halt unlimitiert. Ja, also bassoffen sozusagen, flat. So, und jetzt schneide ich die mal hier mit meinem Schnitt-Equilizer ab, gemäß dem Schrieb, den ich euch gezeigt habe. Hört euch das mal kurz im Vergleich an. Ja, also ich glaube, dann sollte jedem klar sein, dass wir das gehört hätten. Also wenn der Lautsprecher so klingt, ich meine jetzt mal ganz im Ernst, das klingt ja wie ein kaputtes Küchenradio. Selbst bei einer Gitarre, wo noch gar kein wirklicher Bass da ist. Wäre uns aufgefallen. Da hätten wir noch nicht gesagt, okay, der Lautsprecher ist fertig, wenn der wirklich so klingen würde im Bassbereich, wie das auf dem Frequenzschrieb aussieht. Also, macht euch da nicht bekloppt. Wenn ich sage, ich habe ein bisschen, das Einzige, wo ich bei dem Lautsprecher Bedenken habe, ist, ob die Fraktion, die mit richtig fetten Wummerbässen hören möchte, zufrieden ist. Dann meine ich fette Wummerbässe. Dann meine ich genau das. Dann meine ich nicht, ob die Fraktion, die gerne auch mal ein bisschen Bass in der Musik hätte, nee, um die mache ich mir keine Sorgen. Jeder von euch, der einen englischen Lautsprecher zu Hause stehen hat, wird mit dem Bass mehr als glücklich sein. Wer von euch so was zu Hause stehen hat, ich sage jetzt mal, wie so eine Wilson-Audio. Das Ding kann ja richtig runter im Tiefbass. Selbst die werden sagen, ja, der Bass ist nicht wie bei meiner Wilson, finde ich meine Wilson besser, weil die spielt nochmal irgendwie eine halbe Oktave tiefer. Aber der Bass ist schon schön. Also ja, selbst um die mache ich mir keine Sorgen. Sorgen mache ich mir um die und davon habe ich ja eine ganze Menge Zuhörer, die wirklich mit so Taunus-Sound-Dingern hören, die halt unten, genau so, wie ich das im Video auch gesagt habe, die unten rum einfach nur ballern, wie bekloppt. Ja, wo wirklich, ihr kennt genau die Fraktion, die da irgendwie vor den Eisdielen mit ihren tiefer gelegten Dreier-BMWs irgendwie rumeiern. Wer auf so einem Sound steht, der wird ziemlich sicher mit dem Bass von der M1 nicht klarkommen. Weil das macht die nicht. Genau das macht die nicht. Also das war der Punkt, wo ich sagte, ja, das wird man dann wahrscheinlich, wenn man das haben will, wird man das wahrscheinlich komplett an die Wand dran schieben müssen und selbst dann wird sie das noch nicht so machen. Ja, ich rede hier nicht von normaler Basswiedergabe. Das Ding spielt, und auch das, ich sage das jetzt nochmal so explizit, die spielt unter 50 Hertz. Ja, also minus 3 dB Punkt ist bei Pan 40 Hertz. Ich weiß nicht, nicht jetzt genau. Müsste ich jetzt auch gucken, wie weit sie jetzt genau spielt. Aber wie gesagt, unter 50 Hertz. Also, keine Angst, das ist kein 200 Hertz Lautsprecher. Wir bauen kein Küchenradio. Das war nicht unser Ansatz, ein Küchenradio zu machen. Ja, also, wie gesagt, da sind viele von euch drüber gestolpert. Und klar, wenn man nicht regelmäßig mit, mit so Messschrieben und so zu tun hat, dann kann das so aussehen. Ich finde es halt immer spannend, dass natürlich auch einige Trolle darauf eingestiegen sind, die ja alle so viel Plan haben. Die müssten eigentlich wissen, wie eine gefensterte Messung aussieht. Aber beim Trollen geht es ja natürlich auch nur darum, einmal rumzutrollen. Dann ist ja dann auch nicht weiter tragisch. So, auch mit dem Horn haben wir natürlich irgendwie, ja, ein Biradialhorn ist viel besser, weil das muss man nicht so entzerren wie ein normales Horn. Wir gucken uns gleich mal die Weiche an. Ein Biradialhorn muss man noch viel extremer entzerren, beziehungsweise unser Horn ist überhaupt nicht entzerrt. Und bei der 425 vom Olli, da musste, die ja ein Biradialhorn drin hat, da musste man entzerren. Also es ist genau andersrum. Wenn man halt für eine Mark Ahnung hätte, wäre das aufgefallen, aber ja, schade. Wie gesagt, Trolle Trollen nur. Kann ich mich nur drüber lachen. Kriecht wieder unter euren Stein und erzählt das irgendwelchen anderen Leuten. Ist mir auch völlig egal. So, ähm, ja, fangen wir mit der Weiche an. Ich wiederhole jetzt nochmal so ein bisschen Lautsprecher-Grundlagen. Jeder Lautsprecher, jedes Lautsprecher-Chassis spielt, da baut sich immer, es ist auch völlig egal, welcher Hersteller das ist, es ist völlig egal, welche Größe das Chassis hat, es ist vollkommen egal, welche Qualitätsklasse das hat, völlig wumpig. Ich rede jetzt über jedes Chassis, jedes dynamische Lautsprecher-Chassis, was es überhaupt gibt, auf dem Planeten. Also alle. Ja, alle. Das ist ein ganz grundsätzliches Ding. Jedes Lautsprecher-Chassis steigt irgendwann, also von tiefer Frequenz aus, äh, angefangen, steigt irgendwann an, macht seinen Pegel und spielt dann eine ganze Weile mehr oder weniger linear durch. Wünschenswert ist natürlich, dass es möglichst linear spielt, das machen nicht alle, aber, ne, manchmal bewusst nicht, manchmal, weil sie es nicht besser können. So, spielt dann eine Weile linear durch und dann kommt irgendwann ein Frequenzpunkt, wo so eine Membran oder eine Sicke oder, ja, ich sag's mal, irgendwas an dem Chassis anfängt zu resonieren. Und diese Resonanzen sind, ich sag's mal, erst mal so ganz doof und einfach, die sind nicht schön, die will man nicht. Man möchte möglichst von jedem Chassis den Bereich benutzen, wo möglichst wenig oder gar keine Resonanzen sind. Das ist ein ganz grundsätzliches Ding. Wie gesagt, gilt für jeden. So, irgendwann kommt man dann in den Bereich, wo das anfängt, komisch zu werden. Und jetzt ist sozusagen die Frage, nicht jede Resonanz ist gleichmäßig nervig und ist gleichermaßen schlimm. es kann Resonanzen geben, die sehen ganz, ganz unscheinbar aus. Die rauben einem den letzten Nerv, die nerven einen richtig an und es gibt Resonanzen, die sehen relativ fies aus und wenn man die sich anhört, sagt man, so schlimm ist das gar nicht. Ja, das kann man auch nicht wirklich messen. Also, man kann messen, wie ausgeprägt ist diese Resonanz, man kann auch sozusagen im Spectral Decay sehen, wie ist das Zeitverhalten, also ist das eine Resonanz, wo ich einmal nur ein ganz klein bisschen Leistung reinschiebe und das Ding beruhigt sich gar nicht mehr, das bimmelt noch eine halbe Stunde danach immer noch weiter vor sich hin. Das kann man irgendwie schon sehen, aber man kann nicht sehen, ist das eine von den fiesen Resonanzen, die man eher überhaupt nicht ertragen kann oder ist das eine Resonanz, wo man sagt, ja, da ist irgendwie so eine kleine Unsauberkeit, aber so what. Ja, das kann in beide Richtungen gehen, das weiß man nicht. Das ist wirklich, das ist eine Anhörsache. Wie gesagt, da hilft einem kein Messgerät, hilft einem da wirklich weiter. Das muss man mit den Ohren entscheiden und sagen, so pass auf, die Resonanz, die da ist, die kann ich noch ertragen, die ist irgendwie okay und etwa dann kommt da und da kommt, das geht echt nicht mehr, die müssen wir partout raushalten. So, und wenn ich so eine Kiste habe, danach sozusagen bestimmt sich meine Frequenzweiche. Danach bestimme ich, wo muss ich mit dem Chassis raus. wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich habe jetzt, keine Ahnung, einen Zwanziger Tiefmitteltöner und ich habe dann, ich möchte dazu einen Hochtöner haben, der oben raus extrem fein auflöst. So eine Kalotte, die gibt es ja in verschiedenen Größen, so Kalotten auch. Die Geschichte ist, die, je kleiner so eine Kalotte ist, desto feiner und schöner löst die oben rum auf. Aber, desto weniger weit nach unten hin spielt die. Und bei einem Tiefmitteltöner ist das genau andersrum. Je größer der wird, desto mehr Bass kann der potenziell, desto mehr Dynamik kann der auch und so weiter, aber desto weniger hoch spielt der. Das heißt, wenn ich jetzt hingehen würde und sage, ich nehme einen Hochtöner, der sehr, sehr brillant ist obenrum und fein auflöst und ich habe trotzdem einen relativ großen Mitteltöner, dann werde ich Probleme haben, die aneinander zu kriegen, weil ich den Tiefmitteltöner so hoch laufen lassen muss, dass der da schon richtig in sein übles Resonanzverhalten reinkommt. Aber der Hochtöner kann da noch nicht so richtig. So, und da gibt es zwei Möglichkeiten damit umzugehen, nämlich einmal, ich sage, okay, ich habe die verrückte Idee, ich baue heute mal einen Lautsprecher, der muss ordentlich klingen, dann habe ich einfach zwangsläufig da eine Lücke in der Übernahme, dann habe ich da so einen Frequenzgang-Drop an der Stelle, dann klingt das aber gut. Oder aber ich sage, nein, 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 hören tut das heute ohnehin kein Mensch mehr, wichtig ist nur Frequenzschrieb, lass uns dann einfach im Pegel geradeaus durchlaufen. Dann habe ich aber die ganzen Resonanzen, volles Brett im Übernahmebereich, wo ich sie nicht haben will. Dann klingt das Ding fürchterlich, ist messtechnisch aber ein Traum. Das auszubaldovern, zu sagen, okay, pass auf, ich habe den und den Tiefmitteltöner und ich muss jetzt dazu einen Hochtöner benutzen, der da auch wirklich dran passt. ja, ich muss jetzt eine entsprechend, ich sage mal, ich gehe jetzt mal wieder von einem Zwanziger aus, ich habe halt ein 20 cm Chassis und jetzt muss ich einen Hochtöner nehmen, der muss groß genug sein, um da ordentlich an den anzuschließen. Aber wenn der jetzt groß genug ist, dann wird der obenrum nicht mehr ganz fein ziesel, ziesel und diese Ultra auflöten, wird der dann nicht machen. So, das ist sozusagen immer so ein bisschen der Kampf. wir sind mit dem Thoman davon ausgegangen, weil wir wickeln ja schon länger mit diesem Chassis rum. Und wir sind davon ausgegangen, ja okay, so 900 Hertz ungefähr, bis dahin kann man den sauber spielen lassen und dann so ab 900 Hertz, da fängt der an komisch zu werden. Da muss man so langsam aber sicher mit dem sich verabschieden lassen. So, entsprechend haben wir ein sehr großes Horn ausgewählt und ein Horn Treiber, der Celestion Treiber, ist ein Horn Treiber, der relativ weit runter kann. Ja, um da einen vernünftigen Übergang hinzukriegen. Wir hätten auch ein Horn da einbauen können, was nur halb so groß ist. In vielen Horn Lautsprechern seht ihr, dass da irgendwelche kleinen Mini-Hörner irgendwie drin verbaut sind. Ja, aber dann habe ich genau den Effekt, den ich am Anfang beschrieben habe. Das Horn kann noch nicht tief genug runter, aber der Tief-Mitteltöner macht da schon Sauerei. Und entweder, ich habe dann einen richtig dicken Einbruch im Frequenzgang, wie gesagt, kann man machen, das ist klanglich nicht schlecht, da spricht überhaupt nichts gegen. Aber das ist ja heute komplett verböhnt, da muss ja alles linear sein. Und dann kommt da meistens bei raus, was einen einfach anschreit. In dem Bereich. So. Wie gesagt, wir sind mit dem Thomann davon ausgegangen, ja so 900 Hertz ist irgendwie schön, aber dann, äh, ne, so. Lass mal ein großes Horn nehmen, dass wir früh genug mit dem raus können und mit dem Horn einsteigen können. So, und jetzt ist bei einem Horn das Problem, das ist ein bisschen anders als bei einer Kalotte. Eine Kalotte, wenn ich die zu tief ankoppel, dann in erster Linie passiert da, ja, die ist dann nicht wirklich belastbar. Also wenn ich laut höre, raucht sie mir halt relativ schnell ab. Aber so laut hört man nicht, deswegen ist das nicht so richtig ein Problem. Ein Horn hat aber den Effekt, das spielt sozusagen nach oben raus irgendwann nicht mehr. Das spielt aber auch nach unten raus. Klanglich, jetzt nicht vom Pegel her, sondern klanglich nicht vernünftig. Wenn ich ein Horn, zu tief runterlaufen lasse, fängt dann an zu trichtern und zu hupen. Das liegt in der Natur der Dinge. Das heißt, wenn ich Hörner benutze, muss ich sozusagen im Hochtonbereich aufpassen, wie ich das bei jedem anderen Lautsprecher auch muss, aber ich muss zusätzlich auch aufpassen, dass ich das nach unten raus nicht zu tief ankoppel. Auch, wie gesagt, auch wenn es da Schalldruck macht und wenn das frequenztechnisch wunderbar wäre und überhaupt gar kein Problem, aber ich, wenn ich das so tief laufen lasse, kriege ich einen Lautsprecher, der einen typischen Hornsound hat. Also, Hornsound meine ich jetzt in dem Fall im Negativen, also eine Hornverfärbung hat. So, okay, wie gesagt, deswegen haben wir ein relativ großes Horn hier genommen und haben den 30er von uns extrem konservativ bemessen und gesagt, wie gesagt, 900 Hertz höher nicht, das ist ultrakonservativ. So, und jetzt haben wir aber mit dem Lautsprecher, mit dem Gehäuse ein paar Sachen gemacht, die nicht so üblich sind. Also, da gibt es extrem wenig Hersteller, die das so tun und mit extrem meine ich weniger als eine Handvoll. Also, wirklich weniger, das baut nahezu keiner so. Wir sind halt hingegangen und haben gesagt, okay, so ein Gehäuse hat ja aufgrund der Abmessung stehende Wellen, die korrespondierend sind mit den Abmessungen. Ja, das hat jedes Gehäuse grundsätzlich. Wenn sich eine Welle sozusagen einfach, ich sage es mal, in der Höhe, in der Breite, in der Tiefe ausbreiten kann, wird sie sich da ausbreiten. Und es hat natürlich extrem störende Einflüsse. Wenn ich stehende Wellen innerhalb des Gehäuses habe, wird es zum einen dazu führen, dass das Gehäuse selber angeregt wird zum Schwingen. Das ist aber noch nicht mal das Schlimmste an der Sache. Sondern wir haben ja einfach vorne ein großes Loch drin, wo der Chassis reingeschraubt wird. Und das ist ja nun mal einfach nur ein dünnes Stück Papier. Und durch so ein dünnes Stück Papier kann ich einfach von hinten nach vorne durch sprechen. Deswegen sind ja außer in Japan die meisten Häuser aus Beton gebaut und eben nicht aus Papier. weil ich da halt alles höre was auf der anderen Seite stattfindet. So und da haben wir halt von vornherein gesagt oder Olli hat gesagt pass auf wir bauen da so Resonatoren ein die genau diese stehenden Wellen extrem minimieren. Nicht nur so ein bisschen sondern so volles Brett. Das ist auch kein Voodoo das haben wir auch im Laufe unserer Dokumentation im Forum könnt ihr euch die Messschriebe dazu angucken das kann man messtechnisch auch wirklich sehen das ist jetzt nicht eine Kleinigkeit die da passiert. So das war so Step 1 zu sagen wir versuchen diese stehenden Wellen die innerhalb von einem Gehäuse entstehen so weit zu minimieren wie es geht. Punkt 2 ist Dämmaterial diejenigen von euch die eine Petit gebaut haben kennen das Spielchen schon Dämmaterial ist nicht gleich Dämmaterial es geht nicht nur darum einen Lautsprecher irgendwie tot zu kriegen von innen und da irgendwie alles an Energie weg zu dämpfen weil wenn ich das tue wird je mehr Dämmaterial ich da rein stopfe desto undynamischer desto träger wird so ein Lautsprecher auch das klingt halt einfach nicht mehr gut wenn ich klar ich kann jeden Lautsprecher überdämpfen dass da dass da halt nicht mehr so viel Energie drin los ist in dem Gehäuse laienhaft ausgedrückt ja aber das wird immer träger das hat keinen schönen Effekt wie gesagt die Leute die eine Petit gebaut haben wissen das weil Jean Hirage auch ganz klar gesagt hat pass mal auf Petit Dämpfung innen drin ist wichtig Nadelfilz 1 cm das muss da rein und nichts anderes und ich habe als ich das Video gemacht habe euch ja auch vorgewarnt weil ich habe irgendwann mal gedacht ich mache mir das einfach und probiere das mal und ignoriere mal Teraga da gesagt hat und stopft das mal voll mit Dämmwatte und so weiter und das spielt überhaupt nicht das spielt wie Hammer auf dem Kopf da bleibt von dem Lautsprecher nichts über das ist wichtig so und entsprechend wie gesagt haben wir auch überlegt wie machen wir das wir wollten natürlich auch den Lautsprecher minimals nur bedämpfen so wenig wie halt irgendwie gerade eben geht und wir waren auch erst mal von Filz irgendwie ausgelangen das war auch super das nehmen wir so und dann hatte noch mal jemand einen Vorschlag jetzt habe ich wieder den Namen vergessen ich blende das jetzt hier gerade mal ein wie der heißt weil ich muss mir das dann gleich im Schnitt wieder raussuchen wie dieses Dämmaterial genau heißt es hat jedenfalls einer von euch aus der Community vorgeschlagen habt ihr das und das Dämmaterial schon mal benutzt weil das ist eigentlich geil das ist komplett so ein anti allergisches Zeugs man will ja auch nicht Steinwolle reinpacken wo dann alle Asthmatiker tot vom Monitor 1 liegen macht ja auch nicht so richtig Sinn für die Reputation probiert das mal so und dann hat Olli das auch bestellt und hat das ausprobiert und mit dem Effekt dass er gesagt hat boah das Zeugs ist nicht nur für Allergiker geil das ist auch für Leute geil die von vernünftig Musik hören wollen weil die Dämm Eigenschaften von dem Zeug sind richtig geil also so richtig super super Daumen hoch klasse klasse will ich haben geil so und entsprechend haben wir gesagt okay dann kommt das da rein das ist halt leider nicht billig der Kram aber er lässt sich super schön verarbeiten das Allergiker Argument ist für mich wirklich auch eins und aber wie gesagt in erster Linie das hat dann auch bei uns den wir haben am Anfang überlegt machen wir das als Option weil wir diese Allergiker Geschichte von vornherein gut fanden und wir haben uns überlegt naja es ist schon teuer und so als Olli das in den Lautsprecher drin hatte und den durchgemessen hat hat er mich angerufen tatü tatata hat er mich angerufen und hat gesagt pass auf das ist geil ich will da nichts anderes rein machen ich will genau das drin haben das Zeugs verhält sich traumhaft schön das ist wirklich ein knaller lass uns das da ein bauen so und ich habe das auch im Forum sich mal geschrieben es gibt bei uns keinen Rotstift wenn wir so einen Punkt haben wo wir sagen ja das kostet mehr aber das bringt das auch volles Knie dann machen wir das wir werden da jetzt nicht um 3 Euro zu sparen auf eine schlechtere Lösung zurückgreifen so wie gesagt entsprechend ist das da drin und mit diesen beiden Ansätzen also das ist halt ein anderes Dämmmaterial als in der 425 plus die Resonatoren haben wir dann einfach festgestellt wir sind viel zu konservativ in unserer Annahme der noch mal Polizei oder noch mal Krankenwagen da hat wieder einer das falsche Dämmmaterial wahrscheinlich benutzt der liegt jetzt wieder tot vor seinem Lautsprecher so gut weiter geht's so und wir haben dann einfach festgestellt wir sind zu konservativ wir können den Thomann deutlich höher spielen lassen ohne dass der anfängt rumzuschrabbeln wir haben einfach von den Resonanzen und so weiter wir haben da so viel rausgefiltert sozusagen im Gehäuse schon das Dämmaterial Dämmfungs Material ist so geil wir müssen den nicht bei 900 stoppen so und das hat dann dazu geführt dass wir geguckt haben wie hoch kann der denn so richtig so mit Hand aufs Herz wie weit ist der denn wirklich sauber und wir sind dann dahin gekommen dass wir gesagt haben ja der kann bequem also wirklich bequem da ist da ist gar nichts unschön auch locker bis 1200 1300 100 Hertz gar kein Thema gar kein Thema da ist der so ultra sauber so das heißt was wir plötzlich hatten ist wir hatten einen größeren Überlapp Bereich wir haben sozusagen nicht mehr den Effekt gehabt unser Tieftöner spielt bis hierhin unser Horn fängt da erst an und dazwischen ergibt sich eine Lücke sondern wir haben sogar den Effekt gehabt die überlappen sich wir können wir sind gar nicht festgelegt auf eine Trend Frequenz sondern wir können relativ frei entscheiden wo möchten wir denn trennen und wir haben hier ein paar hundert Hertz Wickelruh wo wir trennen möchten so und das ist ziemlich geil wenn man diese Option hat weil jedes Chassis auch wenn ich das ohne Weiche laufen lasse dreht seine Phase über den Frequenz Gang das heißt wenn ich sozusagen den Übergang machen möchte von einem Chassis aufs andere und möchte dann aber einen möglichst guten Phasengang haben dann kann ich nur indem ich die Trennfrequenz ein paar Hertz rauf oder runter schiebe kann ich zu einem völlig anderen Phasengang gelangen weil eine Phase läuft nicht linear auch wenn da jetzt keine Weiche dran ist die läuft nicht linear sondern die dreht sich weg das ist automatisch so und wenn ich das verschieben kann kann ich gucken dass ich da den Übergang mache wo die Phasen gleich sind ich bin nicht gezwungen oder festgenagelt zu sagen naja eigentlich würde ich gerne 100 Hertz oder 200 Hertz höher trennen das wird vom Phasengang total gut funktionieren kann ich aber nicht weil mein Chassis ist sowieso schon hier am Ende ich muss hier raus ich kann das nicht weiter laufen lassen und das nächste schließt auch da kann ich nicht weiter runter laufen lassen den effekt hatten wir einfach durch die bedämmung und durch die resonatoren nicht wir hatten plötzlich diesen overlap so und dann war die Frage wie können wir das optimal nutzen genau deswegen wenn ihr die weiche von der 425 die ist ja öffentlich ihr könnt ihr auch die 425 nachbauen wer jetzt sagt ich will unbedingt ein biradial horn haben bla 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 ja bau die 425 klar es ist der unmittelbare Vorgänger von der monitor 1 macht hat so aber ihr seht da hat sich in der weiche noch mal was geändert die sind beide ganz einfach zweiter Ordnung und schaut euch an wie der Tomann in der 425 angekoppelt ist und guckt euch an 300 Hertz ungefähr höher ja und genau das hört man es hat den Vorteil der Phasengang ist besser und es hat den Vorteil dadurch dass ich das Horn halt auch erst später los laufen lasse habe ich noch weniger diese diese Horneffekte da werden die noch weniger hörbar oder sind noch weniger vorhanden wir haben da einfach sozusagen durch ich weiß nicht ob man das jetzt Zufall oder Glück nennen kann aber es ist einfach so ausgegangen dass wir ja wie gesagt wir konnten später trennen und das war im Prinzip für alle Sachen war das total vorteilhaft das war einfach richtig gut da hatten wir so nicht aber deswegen habe ich im letzten Video auch so auf den Tomann abgeschlackert das Ding ist einfach monster geil da Ding da beißt die Maus keinen Faden ab das Ding ist monster geil deswegen ist die so ultra ultra clean im Mittelton Bereich deswegen kann sie das weil wie gesagt Phasenlage ist super das Horn koppelt erst sehr spät an obwohl der Horn Treiber der Celestion eigentlich vom Treiber her könnte der eine Ecke tiefer das Horn ist aber groß genug genau das ist sozusagen die Kombination die glücklicherweise genau so wie es vollbringt so deswegen ist diese die 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 Übernahme bei der M1 anders als bei der 425 man könnte jetzt gucken ja bei der 425 auch nochmal der Material rausreißen und so weiter und dann könnte man da vielleicht auch nochmal höher und so aber wir entwickeln die 425 nicht mehr das war halt irgendwie ein Versuch von einem Jahr oder so oder über einem Jahr und der Nachfolger ist die M1 von daher aber ja falls jemand da die Weichen vergleicht dann seht ihr das so das nächste Ding jetzt möchte ich euch die Weiche selbst mal zeigen so das hier ist die Weiche von der Monitor 1 und das ist jetzt auch keine Dummy Weiche oder so also die Werte die ihr jetzt hier seht die sind reell also das ist tatsächlich die finale Version der Weiche alle Werte die da dran stehen stimmen stimmen also wer jetzt noch nie eine Weiche so gesehen hat für den wird es vielleicht erst mal kompliziert aussehen ich erkläre euch die Weiche jetzt aber weil die ist extrem simpel die ist extrem einfach und das ist auch absolut gut so so dieser Teil hier vorne das ist nur die Impedanz Korrektur darüber würde ich jetzt im Moment mal nicht sprechen weil das ist einfach nur ein technisches Feature was jetzt so direkte Klang Auswirkungen was die Übernahme Frequenzen angeht hat das nicht das ist nur dafür da um euren Verstärker das Leben leichter zu machen damit die mit einer Class D Endstufe funktioniert damit die mit einer Röhren Endstufe funktioniert die sind halt einfach kritisch auf Impedanz Verläufe und dafür ist sozusagen der Kram da das ist sozusagen ein technisches Feature wenn man das so nennen möchte die eigentliche Weiche ist der Part hier und fangen wir mit dem Tieftöner an ihr seht an dem Tieftöner ist einfach nur eine Spule in Reihe und parallel dazu ein Kondensator das heißt das ist die einfachste Weiche zweiter Ordnung die geht da ist kein Sperrkreis kein Saugkreis keine gar nichts da ist einfach nur Weiche zweiter Ordnung so diese Ordnungszahlen der Weiche die beschreiben wie steilflankig trennt man so ein Chassis so im Idealfall hat man halt gar keine Weiche davor ja dann ist man aber bei einem Breitbänder hat man so wie eine Petit da ist keine Weiche davor das ist natürlich ganz ganz toll weil unmittelbar Verstärker geht auf Chassis kein Bauteil dazwischen erinnert euch an den Gedanken ein Stück Draht wenn man so diesen Stück Draht Gedanken je einfacher desto besser dann ist natürlich am besten eine Weiche wegzulassen so das ist natürlich bei einem Zwei-Wege-Konzept nicht wirklich möglich die Weiche wegzulassen und dann sagt man eine Weiche Erste Ordnung ist eigentlich so Idealkurve das möchte man haben naja eine Weiche Erste Ordnung klar das wäre theoretisch ganz klasse es gibt Leute die sagen Weichen Erste Ordnung wollen wir genauso bauen ich sag mal auch hier Frank Franks Werkstatt der Lautsprecher Frank ist so jemand der sagt wenn ich das in Erste Ordnung bauen kann möchte ich in Erste Ordnung bauen so das hat Vorteile das spielt sozusagen sehr luftig sehr leicht das spielt vom Phasengang her irgendwie klasse und so weiter und so fort das Problem ist dass das sehr spezielle Chassis braucht die so flach rausgehen können ja das also ja Erste Ordnung heißt dieses Chassis bleibt auch nach der Trendfrequenz relativ lange hörbar das heißt das darf null Sauereien in irgendeiner Form machen sonst wird das klanglich sofort komisch und von solchen Chassis die sowas können gibt es halt nicht viele und wenn ich die ich sag es mal so die Chassis die das können sind meistens Chassis die die extrem stark in der Membrane bedämpft werden ja je stärker ich so eine Membrane bedämpfe desto weniger Sauereien macht die natürlich das ist klar aber das Problem ist die wird dann halt auch immer immer schwerer und das heißt die spielt halt von Haus aus nicht vernünftig hoch das spielt von Haus aus auch nicht dynamisch und so weiter und so fort deswegen ist sozusagen dieser theoretische Gedanke Erste Ordnung ist fantastisch das will man haben wird meistens in der Praxis von der Auswahl der Chassis Ad absurdum geführt so deswegen ist sozusagen eine weiche Zweiterordnung dann das Mittel der Wahl natürlich ist eine weiche Zweiterordnung vom Phasengang und so weiter nicht mehr so gut wie eine weiche Erste Ordnung ganz klar da beißt die Maus auch kein Faden ab aber dennoch bounded ich sag jetzt mal ich würde mal sagen 95% der Lautsprecher auf dem Markt sind ausgestattet mit weichen Zweiter Ordnung das ist einfach sozusagen der Sweet Spot wenn ich dann noch steilflankiger werde dritter Ordnung vierter Ordnung und so weiter wird das halt immer gruseliger vom Phasengang und so weiter dann kriege ich sehr schnell diesen Effekt hin ich habe hier einen Lautsprecher gebaut drei Wege vier Wege fünf Wege was auch immer und jedes Chassis spielt für sich alleine das soll sich schon so ein bisschen ineinander überblenden aber das soll das auch nicht zu stark machen und wie gesagt für nahezu alle Entwickler ist es so dass das nahezu alle sagen zweiter Ordnung ist der Sweet Spot da möchte man hin genau genau das haben wir hier ja das ist jetzt noch irgendwie noch nicht der Stein der Weisen da haben wir das Rad nicht neu erfunden sondern wir haben einfach ein Chassis gefunden wird zweiter Ordnung funktioniert das wäre nicht weiter erwähnenswert wenn wir da jetzt ich sage es mal ein 17 cm Chassis verbaut hätten dann wäre das ja klar wie soll das sonst aussehen wenn man ein 17 cm Chassis nicht zweiter Ordnung angekoppelt kriegt dann läuft da sowieso schon von Haus aus so schief da sollte man über das Chassis nochmal ernsthaft nachdenken so aber wenn man so einen großen Pöhler benutzt wie wir das haben halt ein 12 Zoll 30 cm Chassis und das kriege ich zweiter Ordnung angekoppelt und zwar zweiter Ordnung ohne irgendwelche zusätzlichen Korrekturen da das ist schon erwähnenswert da kann man schon mal sagen ja das ist nicht schlecht das ist wirklich nicht schlecht das ist auch so ein Indikator das spricht einfach unglaublich für dieses Chassis wie gut das funktioniert dass wir da nicht nochmal irgendwo eine Entzerrung drauf machen mussten nicht nur mal einen Saugreis oder einen Sperrkreis einbauen mussten das ist schon brutal gut und das trägt natürlich auch am Ende dazu bei ich habe ja in meiner Klangbeschreibung gesagt das Ding ist unglaublich schnell das ist unglaublich durchzeichnend das ist unglaublich dynamisch das Ding ja weil da so eine einfache Weiche davor natürlich nicht nur deswegen ist klar der die Weiche alleine macht das dann nicht aber das ist halt einfach das ist wieder ineinander greift ja genau wie ich gerade beschrieben habe dadurch dass das Chassis höher spielt hatten wir den Effekt wir können es höher trennen wir gewinnen damit eine bessere Phasenlage wir wir koppeln das Horn erst später an da greifen einfach so ein paar Mechaniken ineinander und so ist das hier mit der mit der Weiche auch das alleine gesehen wäre bei vielen wie gesagt bei einem 17er würde ich nicht drüber sprechen aber bei einem 30er ist das schon klasse das so funktioniert das nicht nur in der Theorie funktioniert dass man da nicht so einem Wunschtraum nach rennt sondern das halt praktisch auch tatsächlich funktioniert okay wie gesagt Tieftöner ultra ultra simpel eine Spule ein Kondensator fertig werden ganz klassisch weiche zweiter Ordnung so kommen wir zu dem Horn das Horn sieht jetzt zunächst mal komplizierter aus das ist aber gar nicht vergessen wir mal diesen hinteren Teil gucken wir uns den weichen Teil an und hier seht ihr dass das genau umgedrehte ist von dem wie der Tieftöner beschaltet wird den Tieftöner den begrenzen wir nach oben hin das heißt eine Spule sitzt in Reihe davor um um ihn nach oben zu begrenzen damit mit steigender Frequenz sperrt die Spule immer mehr beim Hochtöner ist es genau andersrum da machen wir einen Kondensator davor sprich nach unten hin zu tieferen Frequenzen sperrt der Kondensator immer mehr und dann kommt entsprechend die Spule parallel ist also auch ganz klassisch einfach zweiter Ordnung ganz simpel ohne irgendeinen Zickzack einfach so simpel wie es geht funktioniert die ganze Geschichte so und jetzt kommt dahinter so ein Wirrwarr von Widerständen und Kondensatoren beziehungsweise einem Kondensator und drei Widerständen wenn ihr den Kondensator mal für einen Moment vergesst und vergesst dass da unten zwei Widerstände parallel laufen dann ist das einfach nur ein Spannungsteiler den ihr da seht nichts anderes ja dass unten sozusagen zwei Widerstände parallel sind ist nur dem geschuldet dass wir das Ding sehr sehr genau auf 1 dB dahin schieben wollten wo wir es haben wollten und es gibt das nicht als der Wert den wir da brauchten den gibt es nicht als einen Widerstand ja also da sind nur zwei drin damit wir und zwei parallel damit wir exakt den Widerstandswert treffen den wir da brauchen weil das wäre das eine Entzerrung ist nicht was das Ding tut ist mit steigender Frequenz überbrückt der Kondensator den Widerstand das ist alles was das macht ja also je höher die Frequenz desto weniger Spannungsteiler was tut das Ding das ist genau unser leichter Anstieg im Hochton Bereich ja dass der Lautsprecher im Hochton Bereich ansteigt ist kein Fehler ja weil das einige auch irgendwie so falsch verstanden haben der steigt nicht im Hochton Bereich an weil wir zu doof sind den linear zu kriegen oder so sondern wir haben das bewusst als Feature eingebaut dieser Kondensator ist dafür verantwortlich mache ich den Kondensator raus läuft die auch auf Achse komplett linear durch ja das ist bewusst da drin dieser Anstieg im Hochton Bereich über 10 Kilo Hertz ist diesem Kondensator geschuldet wie gesagt nochmal Absicht das ist nicht Unfähigkeit das ist nicht weil das Horn nicht linear ist das Horn ist super linear mit dem Treiber sondern das ist so weil wir so wollten das Absicht die da drin steckt so wie gesagt und das ist die ganze Weiche schon also wir haben wirklich zweimal zweiter Ordnung so richtig schulbuchmäßig und einen Spannungsteiler vorm Horn und das ist schon die ganze Weiche also noch simpler kann man das gar nicht bauen und wie gesagt so viel zu dem Thema ja der Biradialhorn ist viel schöner beim Biradialhorn geht das nicht guckt euch die Weiche von der 425 an die geht nicht so einfach das 425 das Biradialhorn ist nicht so einfach zu beschalten das Horn ist ein totaler Traum das ist richtig gut ganz ohne Scheiß das ist keine Notlösung an keiner Stelle wie gesagt vorne habe ich jetzt nicht drüber gesprochen ist einfach nur die Impedanz Linearisierung weil das stand ja von vornherein auch auf unserem Pflichten Heft Monitor 1 muss zwingend mit dem Röhrenverstärker gehen ganz klar und nicht irgendwie und so la la und Hauptsache ist laut genug dann ist ja scheißegal nein der muss vernünftig und erst rein mit dem Röhrenverstärker gehen so und entsprechend ist da eine Impedanz Linearisierung drin und Klaas D ja wenn es nach mir ging würde ich sagen Klaas D scheiß drauf so ich weiß aber dass viele Leute von euch Klaas D irgendwie haben und das gut finden wie gesagt Olli ist selber ein Klaas D Fan hat eine Klaas D vor Endstufe und Klaas D ist auch kritisch auf den auf den Impedanzgang also bei der Klaas D spielen ein paar andere Sachen eine Rolle als bei einer Röhre aber auch da ist es wichtig dass die Impedanz soll möglichst glatt sein dann kommt je glatter der Impedanzgang ist desto besser kommt so eine Klaas D Endstufe klar und war Olli einfach wichtig dass das auch an der Klaas D geht die M1 geht wirklich ganz ohne Flux mit jedem Verstärker da könnt ihr dranhängen was immer ihr wollt das wird gehen egal wie wenig oder wie viel Leistung das hat was bei der M1 eine Rolle spielt ist wie klingt der Verstärker wie ist der klanglich und das werdet ihr hören und das werdet ihr auch volles Brett hören das heißt eine Röhre wird auch volles Knie nach Röhre klingen ja klar und ein Eintakter klingt volles Knie nach Eintakter und ein Gegentakter auch und ein Klaas D auch was sozusagen die Features sind die da systembedingten Verstärker kann werdet ihr eins zu eins hören wenn ihr den Verstärker nicht gekauft habt weil er Gehäuse schön fandet sondern wenn ihr einen Verstärker danach gekauft habt der gefällt mir klanglich gut wird der euch an der M1 immer noch gefallen ganz klar nur der Klang des Verstärkers zählt und ich habe das ja im letzten Video schon gesagt auch bei der Klaas D wie gesagt ich bin nicht der Klaas D Fan und das werde ich auch nicht werden aber wenn ich mir anhöre was die für einen Bass macht ja das ist geil das ist geil ich kann Leute verstehen die sagen ich finde das Klaas D Zeug geil weil das im Bass so anschiebt und so kontrolliert ist und so trocken und so tief runter und so abhämmert ja verstehe ich das verstehe ich volles Brett tu das nämlich tu das auch wirklich volles Kanonenrohr ich finde das wichtiger irgendwie Mitteltonbereich Stimme schön rund schöner Clear und so weiter ich bin da eher Röhrenfraktion so von der Dynamik Seite her habe ich ja gesagt die Pass das ist also Pass Eintakt Transistor das hämmert dynamisch so ab geil ja also die Eigenarten des Verstärkers kommen voll rüber aber wenn ihr natürlich einen schrammeligen Verstärker habt wie gesagt wenn ihr den Verstärker nach Gehäuseform gekauft habt und der schrammelt vor sich hin dann wird das auch an der M1 schrammeln und zwar nicht zu knapp aber klingt der schön klingt der an der M1 schön wir wirken einfach sowohl von den Chassis von den Chassis machen wir den Verstärkern sowieso leicht aber auch weichentechnisch unterstützen wir den ganzen Kram nochmal dass wirklich alles daran geht und wie gesagt ich bin tatsächlich sehr gespannt ich halte das nicht für die Idealkurve an Verstärkern aber ich kann mir gut vorstellen dass selbst hier meine 3 Watt Ohlchen wird an dem Ding funktionieren das wird nicht der Traum Verstärker für den Lautsprecher sein definitiv nicht aber ich glaube funktionieren wird die auch das wird nicht schlecht funktionieren das wird schon ganz gut spielen ich glaube am Ende des Tages wie gesagt so 10 15 Watt ist dann ist denn das was man eher haben möchte als jetzt 3 Watt und wie gesagt wenn man da irgendwelche Bassorgien und so dann vielleicht dann sowieso nochmal über den Transistor nachdenken und so klar aber grundsätzlich wer eine Röhre mag und wer so ein softes Klangbild mag und so weiter ich glaube selbst das kleine Furzding wird daran gehen würde ich ziemlich sicher drauf wetten ja also Gehäuse genau Gehäuse haben noch viele nachgefragt wie sieht es aus mit den Gehäuse Materialien haben Olli und ich drüber gesprochen also durch diese Resonatoren wo ich vorhin schon drüber gesprochen habe die haben halt auch den Effekt nicht nur aber auch dass das Gehäuse einfach weniger schwingt da kommt einfach relativ wenig Gehäuseschall nach draußen naja gut es ist ein Holz Gehäuse also ist jetzt nicht wie ein Wilson Audio Korean Gehäuse oder aus Aluplatten gefräst oder das ist das nicht das will ich hier auch nicht erzählen das wäre Unsinn aber das ist schon ein sehr sehr stilles Gehäuse also ich habe mir das auch beim Spielen also auch mit ordentlich Pegel da mal so meine Fingerspitzen drauf gelegt das schwingt kaum also wirklich wenig das ist schon sehr sehr ruhig das Ding das heißt wir haben die ja aktuell in MDF gebaut und MDF kann man wirklich und ohne Flux absolut nehmen das ist nichts schlechtes da macht ihr absolut nichts falsch das aus MDF zu bauen das ist nicht die billig Variante absolut nicht so wir haben uns aber trotzdem über Multiplex unterhalten und viele finden Multiplex als Lautsprechermaterial klasse und das ist es ja tatsächlich auch und Multiplex hat halt einfach den Vorteil das hat von Haus aus eine schöne ordentliche Oberfläche das heißt ich muss das nicht lackieren und machen und tun sondern ich kann wenn es hart auf hart geht nehme ich eine Multiplex Platte öle die einmal und fertig und dann hat die ein fertiges Finish was auch Taco aussieht oder Wachs die oder ich auch da einmal irgendwie Klarlack drüber und schon sieht der ganze Lautsprecher Taco aus das macht den Bau natürlich einfacher weil bei MDF da muss ich dann halt irgendwie schleifen und lackieren und machen und tun oder furnieren und dann nochmal lackieren und na 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 MDF ist sozusagen was das Finish angeht ist das aufwendiger und so deswegen haben wir gesagt komm wir lassen auch Multiplex zu das ist ein vernünftiges Gehäuse Material wir bestehen nicht auf Multiplex ihr könntet nehmen ihr müsstet nicht nehmen wer MDF nimmt macht da nichts verkehrt wie gesagt unser Prototyp ist aus MDF gebaut ist alles gut auch die die wir dann in Serie bauen werden werden aus MDF sein also wer sozusagen Fertig Lautsprecher von uns kaufen möchte wird einen MDF Lautsprecher bekommen also ja beides ist möglich so mit also dann war noch eine Frage wie sieht es aus mit B-Amping B-Wiring werden werden wir nicht darauf bestehen ja wer von uns sozusagen fertigen Lautsprecher kaufen wird der wird kein B-Wiring oder B-Amping also vier Anschluss Bubbles hinten dran haben sondern der wird zwei Anschluss Bubbles da drin haben schlicht und ergreifend weil das mit den B-Wiring bringt es bei dem Lautsprecher nicht generell ihr wisst Kabelklang ist für mich ein wichtiges Thema und so weiter und so fort aber da ist nicht bigger is better gerade bei so Lautsprechern mit so hohem Wirkungsgrad gerade mit Lautsprechern die sehr wenig Dämpfung von Verstärker brauchen da schneide ich oft mit dicken Kabeln schlechter ab als mit relativ dünnen Kabeln so das heißt die Kabel da doppelt hin zu verlegen ist definitiv kein Vorteil wenn dann ist sozusagen B-Amping ein Vorteil ich bin der Meinung dass wenn man zwei wenn ich einen Verstärker kaufe der so teuer ist wie beide Verstärker zusammen die ich fürs B-Amping brauche schneide ich in der Regel bei solchen Lautsprecher Konzepten mit einem Verstärker besser ab ja weil versteht ihr wie ich das meine ihr braucht ja für B-Amping halt einfach zwei Endstufen das heißt ihr hättet euch auch eine kaufen können die einfach doppelt so aufwendig gemacht ist ich will das jetzt noch nicht mal so am Preis fest machen aber ihr könntet auch ein Ding nehmen was einfach doppelt so aufwendig ist und bei einem Lautsprecher der so ultra einfach anzutreiben ist wie die M1 werdet ihr in ich sag es mal 99% der Fälle damit besser fahren deswegen werden wir an einem Fertig Lautsprecher nicht mit B-Wiring anbieten oder B-Amping anbieten aber wir gestehen euch zu für die Selbstbauer die sagen nee ich will das aber dann baut das weil es macht den Lautsprecher ja nicht ernsthaft schlechter also die meisten ich sag mal 99,9% aller Lautsprecher die B-Wiring B-Amping haben ist ja sowieso das Terminal gebrückt und da hängt halt ein Kabel und ein Verstärker dran so das macht es ja nicht schlechter kann man machen wenn ihr das so bauen wollt baut das so wir werden es allerdings bei einem Fertigprodukt so nicht tun also da ist uns tatsächlich wichtiger da haben Olli und ich uns auch drüber unterhalten dass da vernünftige Anschluss Terminals dran sind also bevor man da irgendwie so einen Plastik Biviring Scheiß dran baut ist uns halt lieber bau lieber nicht Biviring aber nimm dafür irgendwie Anschluss Terminals die auch mechanischen vernünftigen Kontakt haben und aus einem ordentlichen Material sind das bringt das irgendwie mehr als da ja ihr wisst was ich mein ich will ja jetzt nicht so einen Riesen Rant aufmachen über irgendwelche bescheuerten Plastik Terminals aber ich hasse die Dinger wie die Pest und deswegen haben wir da auch gesagt ne ne also ordentliche Terminals sind da auch Pflicht definitiv also ordentliche Polklemmen ordentliche Anschlussklemmen so fällt mir jetzt noch irgendwas achso ja ob ich eine Schablone mit liefer um den Monitor einzuwinkeln ja da werden wir definitiv noch eine Schablone zum selber ausdrucken machen oder wir legen Geodreieck bei dass man die dann genau rechts und links gleichmäßig auf 12,4 Grad einwinkeln kann auf jeden Fall also da arbeiten wir dran kann aber noch ein bisschen dauern wir melden uns dann ja ja ich weiß jetzt nicht noch mehr fragen ich hab jetzt da spontan also ja genau was ist mit Surround war noch eine Frage was ist mit Surround und Subwoofer und so weiter naja gut also ein Subwoofer dazu klar kann man einen Subwoofer dazu bauen aber überlegt mal jetzt ganz im Ernst wenn wenn man zu so einem dynamischen lauten Lautsprecher einen Subwoofer machen will der nicht nur ein bisschen rumwummert sondern der wirklich da auch anschließt vernünftig dann ist man bei einem Subwoofer da steckt ein 18 Zoller drin und der hat 300 Liter Volumen und jetzt überlegt mal wie viele Leute wie viele Leute würden sich das noch ins Wohnzimmer stellen also für die vier Leute die da bereit wären sich so einen Subwoofer hinzustellen da würden wir dann Consulting machen und euch beraten wie man sowas baut also ist jetzt von uns nicht wirklich mit zu rechnen dass wir da ernst haben einen Subwoofer zu machen und weil die andere Frage war war das mit Surround gibt es dann auch noch Rear und Seiten Lautsprecher und Decken Lautsprecher ne gibt es eher nicht also Stereo bei uns ist wirklich so Musik hören ist da irgendwie im Vordergrund und so kann man die M1 für Kino Surround benutzen ja klar ist ja genau das Zeug was in Kinos rumsteht ja logisch könnt ihr das werdet ihr euch vermutlich auch die Augen und Ohren reiben was ihr sozusagen im Heimkino Bereich dann rauskommt weil es ja einfach noch näher an professionellem Kino Beschallung es gibt ja nahezu gar nichts was noch näher dran ist ja gut ja klar die großen JBL sind so logisch das ist halt auch so die Fraktion aber ja klar geht das aber wir werden da kein Surround System rausbauen also definitiv nicht so ein letztes Ding genau ein letztes Ding ist das der ultimativ beste Lautsprecher den die Welt jemals gesehen hat ja natürlich selbstverständlich unsere Werbeagentur arbeitet da noch den genauen Wortlaut raus Leute natürlich nicht also das ich bin kein Vollidiot also natürlich finde ich den Monitor 1 geil und natürlich macht er auch Spaß von oben bis unten aber das ist immer noch ein günstiger Einsteiger Lautsprecher ist das das ultimativste der Welt nein mit Sicherheit ist das nicht natürlich kann man das besser bauen wenn ich muss nur beim Olli vom Dachboden runter in sein Wohnzimmer gehen wie gesagt der hat da einen Lautsprecher stehen da steckt ein 38er drin da ist ein großes Holzhorn mitteltonhorn drin und da ist ein Hochtonhorn und das Ding spielt die Monitor 1 schon an die Wand ja klar aber das kostet halt auch mal eben das fünffache das darf man ja nicht vergessen also in der Preisklasse ist das ein Hammer so und da hat auch jemand gefragt was würde das im Handel normal kosten ja es sind halt die ganzen Handelsspannen sind da nicht drauf und deswegen ist das halt eine ganze Ecke billiger als das was man so an Lautsprechern so kriegt wir sind nicht die übergenialsten Entwickler die tollsten Lautsprecher Entwickler die die Welt je gesehen hat nein also bei aller Liebe der Lautsprecher ist geil entwickelt das ist total seriös und das ist total klasse gemacht von vorne bis hinten ja aber wir haben das Rad hier nicht neu erfunden wirklich nicht also das ist geil und wie gesagt weil das halt nicht nach normalen Handelsspannen ist und weil ihr das selber bauen könnt müsstet ihr im Fertig Lautsprecher Bereich schon richtig Kohle auffahren um in die Klasse zu kommen und mit richtig Kohle auffahren meine ich auch richtig Kohle auffahren ja aber das ist nicht sozusagen der absolut puren genialität ja unser development and research team hat in 15 jahre langer arbeit nun die quintessenz im Lautsprecher nein so eine wichsen pisse ist das hier nicht das ist ein vernünftig gemachter Lautsprecher das ist das was ist kann man das alles noch besser machen ja klar ja klar so man kann das nicht jetzt ernsthaft für ich sag es mal 50 oder 100 Euro besser machen das wird nicht gehen so aber wenn ich für so ein paar hohen Treiber bereit bin das 5 bis 10 fach außer für den 10 fachen Preis hätte ich sofort ein paar hohen Treiber die ich lieber benutzen würde ja klar sicher aber für den 10 fachen Preis da sind dann die beiden Treiber so teuer wie der ganze Lautsprecher da brauchen wir doch nicht drüber reden ja klar wird das besser natürlich hätte ich das Horn gerne aus Holz gebaut und kein Kunststoff Horn drin ja sicher klar wird das dann auch nochmal besser logisch aber dann kostet Horn das 10 fache das ist halt einfach der springende Punkt natürlich muss man dann auch hier und da sagen ja komm das soll irgendwie vierstellig sein und eben nicht fünf oder sechs stellig das ist super seriös wenn ihr das im Fertigbereich so was sucht könnt ihr lange suchen und wenn ihr was findet wird da ein Preis dran stehen dann reibt ihr euch die Augen guckt euch das Vergleichsprodukt von JBL an gibt das ja genau den Lautsprecher gibt das ja auch von JBL 43 49 das ist ein 30er mit einem 1 Zoll Horn oben drüber ja mega ist auch total geil guckt dran was da guckt wer da für einen Preis dran steht fertig so ist das jetzt irgendwie gleich gut ich denke die beiden werden sehr auf Augenhöhe sein wer da jetzt ein Hauch besser oder schlechter ist wie gesagt wir hören das gegen 44 25 und sagen ja da hält die locker mit locker ganz bequem easy peasy und die 44 25 ist ein brachial geiler Lautsprecher und ist auch immer noch so und die Monitor 1 kann das auch was die kann seht das unter so einem Aspekt ich meine als ich meinen Torenz Video dazu gemacht habe glaubt ihr jetzt mein Torenz der beste Plattenspieler der Welt ist also da wird da auch keiner vermuten der ist total geil für das wird der kostet und in der Klasse in der der spielt und so weiter würde ich den eintauschen gegen großen SME ja könnt ihr aber mal drauf wetten klar würde ich das tun aber ein großer SME kostet dann halt der 20 fache da kann man auch erwarten dass das in der Liga wo das spielt schlägt er sich gut und in der Liga habe ich auch da habe ich keine Angst im Vergleich zu irgendeinem anderen Lautsprecher vorzuführen so und ich sage es mal wird jetzt so eine große Strauß wird die besser sein ja hoffe ich mal sehr das hoffe ich jetzt ganz ohne Scheiß weil der Strauß weiß auch wie man Lautsprecher baut und der verbaut da nochmal Material in einer anderen Liga und das hoffe ich mal sehr wird eine Borg besser sein ja das hoffe ich mal sehr klar weil der Fink weiß auch wie man Lautsprecher baut und da ist nochmal Kram in einer anderen Liga drin das hoffe ich sehr aber das wird nicht dagegen abstinken bis zum geht nicht mehr das wird nicht so sein dass man sagt oh ich höre jetzt eine Strauß und die ist da wird man sagen oh ja okay die M1 spielt verdammt gut holla die Waldfee aber die große Strauß ist nochmal irgendwie ein Hauch besser ich vermute dazu sagen ich habe die noch nicht im direkten Vergleich gehört aber der Strauß hat halt einfach wie gesagt der weiß auch wie es geht der baut da gleich Konzept an Lautsprecher und baut da noch mal extrem hochwertigeres Zeug sein ja klar aber da steht dann halt nicht 2000 Euro dran sondern 22 000 Euro wäre traurig wenn das dann nicht besser wäre und genau so sehe ich die wenn einer jetzt irgendwie sagt ich möchte einen Lautsprecher für 20 30 000 Euro da würde ich jetzt nicht unbedingt sagen hört euch eine M1 an da würde ich sagen keine Ahnung hört euch eine Borg an hört eine Strauß an hört keine keine Ahnung so war dann das ist sozusagen meine Einstellung zu dem Lautsprecher ich hoffe ich habe das jetzt so in Teil 2 adressiert Teil 3 wird es sein wie könnt ihr das Ding beziehen wie könnt ihr das kaufen in was für Varianten wird es die geben wie läuft das mit der Lizenzierung und so weiter und so fort ja ich hoffe Olli zieht mir jetzt nicht zu sehr die Ohren lang ich hoffe ich habe jetzt nicht zu viel Quatsch erzählt wir werden es sehen und dann dann schauen wir mal weiter und wir wir hören uns dann in Teil 3 in dem Sinne bleibt mir gewogen und wie immer natürlich Glück auf